Hallo und herzlich willkommen! Heute gibt es ein spannendes Video aus der Reihe Frag Hanna, wo ich die häufigsten Fragen aus der Community zum Thema Schilddrüse beantworte. In diesem Video geht es um das Thema Kaffee bei Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion. In diesem Video erfährst du, welche positiven und welche negativen Eigenschaften Kaffee auf deine Schilddrüse haben kann. Ob grüner oder schwarzer Tee besser ist bei Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion. Ob Kaffee einen Einfluss haben kann auf deine Schilddrüsenmedikamente, wie zum Beispiel L-Tyroxin. Ob du vor der Blutkontrolle morgens Kaffee trinken darfst, bevor du zur Kontrolle der Schilddrüsenwerte gehst. Und ich verrate dir drei Tipps, wie du die eventuell negativen Eigenschaften von Kaffee auf deine Schilddrüse ins Positive drehen kannst, wie also ein schilddrüsenfreundlicher Kaffeekonsum aussehen kann. Der Duft frisch gemahlener Kaffeebohnen, dieses Zischen von der Kaffeemaschine und wie der Duft sich dann durch die ganze Wohnung verbreitet, bekennt nicht dieses Gefühl von Vorfreude auf eine Tasse leckeren, vollmundigen und warmen Kaffee. Doch ist es wirklich der Geschmack, der uns fasziniert oder ist es auch das Gefühl, was der Kaffee in uns auslöst? Ja, nach dem ersten Schluck, nach dem zweiten Schluck, wieso wir diese Energie wieder zurückbekommen, wir uns wieder wacher fühlen, positiver, voller Tatendrang, voller Konzentration, voller Wachheit. Genau das, was wir uns ja als Hashimoto-Betroffene so sehr wünschen. Doch warum sehen wir uns so nach diesem Gefühl? Ja, warum sind wir als Hashimoto-Betroffene oder Schilddrüsenunterfunktion Betroffene so sehr müde und schlapp? Dafür nehme ich dich einmal mit in unseren Körper, genauer in unsere Zellen mit rein und da siehst du einmal, wie die normale Energiegewinnung stattfindet. Bei Pflanzen ist es ja so, die produzieren Sauerstoff aus Kohlenstoffdioxid und bei Menschen ist es so, dass wir ja Nahrung aufnehmen und in der Nahrung haben wir dann zum Beispiel Glucose, also Zucker und diese Glucose wird in der Zelle, genauer gesagt in den Mitochondrien, in den Kraftwerken in unseren Zellen, umgewandelt in Energie, das nennt sich auch ATP, Adenosintrifosphat und CO2. Und dieses ATP, dieses Adenosintrifosphat, das ist diese Energie, die uns so wach fühlen lässt, die uns voller Tatenprang fühlen lässt, die uns glücklich fühlen lässt. Es entsteht in diesem Prozess auch Wärme, das heißt, wenn dieser Prozess gut läuft, ja, dann ist uns warm, wir haben viel Energie, wir sind fit, wir sind glücklich, ja, wir haben eine gute Stimmung und wir sind voller Tatendrang. Wenn dieser Prozess sehr, sehr langsam läuft, dann, ja, läuft der ganze Stoffwechsel langsam. Wir sind schlapp, müde, ausgelaugt, uns ist oft kalt, sei denn wir haben hormonelle Hitzewallungen, ja, das kann natürlich auch sein. Aber generell ist uns eher kalt, wir haben kalte Hände, kalte Füße. Und dieser Prozess, der normalerweise ganz normal abläuft, wird natürlich beeinflusst von verschiedenen Faktoren. Zum einen natürlich über Nährstoffe, ja, von der Nahrung. Und zum anderen wird dieser Prozess auch direkt gesteuert durch die Schilddrüse, beziehungsweise durch das Schilddrüsenhormon T3. Weil das hat einen direkten Einfluss auf die Mitochondrien, auf diese Energiegewinnung in den Zellen. Wenn wir genug von diesem Hormon haben und das auch zu den Zellen kommt, dann haben wir diese Energie, dann haben wir diese Hitze, diese Energie, die normale Umwandlung von Nahrung in Energie und Wärme und alles läuft super ab. Da viele Frauen, die Hashimoto haben oder unter einer Unterfunktion leiden, trotz der Einnahme von Schilddrüsenmedikamenten wie L-Tyroxin immer noch diese Symptome haben, wie diese Müdigkeit, diese Antriebslosigkeit, ist die logische Konsequenz natürlich, dass man zu Kaffee greift. Und so war es bei mir damals auch. Ich habe hier auch mal meine Geschichte verlinkt. Ja, wir haben einen Alltag. Wir müssen an der Arbeit 100% leisten. Wir haben eine lange To-Do-Liste. Wir müssen unseren Haushalt noch irgendwie erledigen. Die Kinder brauchen Aufmerksamkeit. Der Partner braucht Aufmerksamkeit. Dann wollen wir noch Sport treiben. Wir wollen unsere Kalorien tracken, weil wir vielleicht abnehmen wollen. Und für Müdigkeit ist kein Platz. Ja, wir müssen funktionieren. Und natürlich ist dann Kaffee unser Retter in der Not. Und Studien erwiesenermaßen führt es auch dazu, dass Kaffee unser Nervensystem stimuliert, uns wach hält und unsere Konzentration steigert. Ganz oft bekomme ich die Frage, ob denn jetzt Kaffee einen negativen Einfluss haben kann auf unsere Hormone und ob es auch eine Art von Kaffeeunverträglichkeit gibt bei Hashimoto? Auf jeden Fall ja. Natürlich kann Kaffee einen negativen Einfluss haben auf unsere Schilddrüsenhormone. Vor allen Dingen bei einem falschen Konsum von Koffein, dazu komme ich später nochmal, können folgende negative Eigenschaften sich auf unseren Körper auswirken. Zum einen kann es sein, dass vermehrt Cortisol ausgeschüttet wird. Das ist ein Stresshormon aus der Nebenniere. Dann kann es zu Blutzuckerschwankungen durch Koffein kommen. Und es kann sein, dass wir einfach dieses Gefühl von Wachheit und Müdigkeit verlieren. Und all diese Faktoren wirken sich negativ auf unseren Schilddrüsenhormonstoffwechsel auf. Und es gibt auch wirklich viele Frauen, die unter Hashimoto unter einer Kaffeeunverträglichkeit leiden. Das merkt man daran, dass man dann relativ schnell so zittrig wird, unruhig, ja, so eine innere Nervosität bekommt nach dem Kaffee trinken. Das würde mich total mal interessieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Verträgst du Kaffee? Hast du vielleicht eine Unverträglichkeit? Kannst du Kaffee gut vertragen? Und wie wirkt sich Kaffee auf deine Hormone aus? Eine weitere Frage aus der Community ist, ob sich Kaffee denn negativ auf die Schilddrüsen-Tabletten auswirken kann, auf das Schilddrüsenmedikament. Und das am häufigsten verschriebene Schilddrüsenmedikament bei Schilddrüsenunterfunktion ist das L-Tyroxin. Und das L-Tyroxin wird in der Regel morgens eine halbe Stunde vor dem Frühstück eingenommen, auf nüchternen Magen. Und man hat hier tatsächlich festgestellt, dass wenn man Kaffee dazu trinkt, also die Aufnahme von Kaffee und L-Tyroxin, führt dazu, dass das T4-Hormon, also das künstliche Tyroxin, also T4-Hormon, gehemmt wird. Zum einen wird die Aufnahme von dem T4-Hormon um 40 Minuten verzögert und zum anderen ist die Bioverfügbarkeit um 32% verringert. Das heißt, wenn du also L-Tyroxin nimmst, dann solltest du das auf jeden Fall immer so einnehmen, wie von deinem Arzt verschrieben und mit Wasser und den Kaffee erst eine halbe Stunde später oder noch besser nach dem Frühstück zu dir nehmen. Dann wurde ich noch gefragt, wie das denn ist, wenn man zur Blutkontrolle geht, ob man an dem Tag morgens auch Kaffee trinken kann, bevor die Schilddrüsenwerte kontrolliert werden. Generell ist es schon mal wichtig, wenn du Schilddrüsenmedikamente wie L-Tyroxin nimmst, dass du regelmäßig zur Kontrolle bei deinem Arzt, zu deinem Arzt gehst. Und wenn dieser neben TSH auch noch FT3, FT4-Werte misst, dann kann es sinnvoll sein, dass du eventuell die Tablette morgens nicht nimmst. Aber das sprich am besten mit deinem Arzt ab, er kann dir das dann genauer sagen. Kann aber sein, dass das nicht sinnvoll ist in dem Fall. Aber du musst nicht nüchtern sein, das heißt, du kannst ganz normal frühstücken und Kaffee trinken, so wie du es sonst auch machst. Nur eventuell die Tablette brauchst du nicht nehmen, aber das sprich am besten einmal mit deinem Arzt ab. Kann es denn jetzt auch positive Übereigenschaften haben, Kaffee zu trinken? Also kann sich Kaffee positiv auf die Schilddrüse auswirken? Auf jeden Fall. Ja, bei einem guten Kaffeekonsum, dazu kommen wir gleich noch, kann es so sein, dass Kaffee zum Beispiel überschüssiges Östrogen abmildert. Gerade wenn wir eine Östrogendominanz haben, ist das super. Es kann sich positiv auf die Insulinsensitivität auswirken und kann die Lebergesundheit fördern. Und all diese Faktoren wirken sich positiv auf unseren Schilddrüsenhormonstoffwechsel aus. Das heißt einmal auf die Bildung der Schilddrüsenhormone in der Schilddrüse, auf die Umwandlung der Schilddrüsenhormone in der Leber und auf den Transport zu den Zellen. Deshalb habe ich jetzt drei einfache und wirkungsvolle Tipps für einen schilddrüsenfreundlichen Kaffeekonsum, den ich auch immer meinen Coaching-Klienten mit an die Hand gebe. Erstens, trinke deinen Kaffee niemals auf nüchternen Magen, sondern immer nach einer Mahlzeit. Zum Beispiel nach dem Frühstück. Zweitens, trinke deinen Kaffee niemals schwarz, sondern immer in Kombination mit Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett. Zum Beispiel mit Milch, mit Ahornsirup, mit Honig, mit Zucker, mit MCT-Öl, mit Eigelb oder mit Kollagenpulver. Drittens, trinke deinen Kaffee immer in der ersten Tageshälfte, also nicht nach 16 Uhr. Und wenn du diese drei Tipps umsetzt, dann hast du diese negativen Effekte auf deine Schilddrüse abgemildert, sprich der Blutzuckerspiegel schwankt nicht mehr so stark, es werden nicht mehr so viele Stresshormone ausgeschüttet und der Schlafwachrhythmus ist nicht gestört. Ist grüner oder schwarzer Tee die bessere Alternative bei Hashimoto? Neben Kaffee gibt es natürlich noch andere Lebensmittel und Getränke, die eine aufputschende Wirkung haben, wie zum Beispiel grüner Tee, schwarzer Tee, Kakao oder dunkle Schokolade, Energydrinks oder Cola. In Kakao ist dieser aufputschende Wirkstoff, das ist das Theopromin und in Tee ist dieser aufputschende, koffeinähnliche Wirkstoff, das Thein. Dieses Thein ist aber im Tee an Gerbstoffe gebunden und dadurch wirkt es nicht so stark wie Kaffee und länger. Also es wird langsamer freigesetzt im Körper und dadurch ist diese aufputschende Wirkung über einen längeren Zeitraum und ist etwas milder oder wird von vielen etwas milder wahrgenommen. Trotzdem empfehle ich auch bei diesen Lebensmitteln oder Tees auf jeden Fall die niemals pur zu trinken und am besten auch nicht auf nüchternen Magen. Ist grüner Tee denn vielleicht sogar besser für den Hormonstoffwechsel? Nein, nicht unbedingt, weil man hat in Studien festgestellt, dass grüner Tee bzw. die Polyphenole in dem grünen Tee die Entgiftung von überschüssigen Östrogen hemmen können. Und dieses Östrogen ist eher so ein Schilddrüsenfeind, das heißt es hat eine gegenteilige Wirkung zu dem Schilddrüsenhormon T3 und deshalb wollen wir das eher zusätzlich entgiften und gerade viele Frauen leiden auch unter einer Östrogendominanz und da können die Polyphenole aus dem grünen Tee eher diese Entgiftung stören. Dann werde ich immer wieder gefragt, Hanna trinkst du denn selber noch Kaffee? Und ich handle nach dem Motto, Kaffee trinken ist nicht schlimm, Kaffee brauchen schon, weil ich eben diese Geschichte habe und ich weiß, dass ich früher ohne Kaffee nicht leben konnte. Also ein Tag ohne Kaffee war für mich nicht möglich. Ich bin morgens nicht aus dem Bett gekommen. Ich hatte immer ein ganz, ganz krasses Nachmittagstief, wo ich nur mit Kaffee den Tag überstanden habe. In meiner Zeit, als ich Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion hatte. Allerdings habe ich auch den Fehler gemacht, dass ich ihn immer schwarz getrunken habe. Ich wollte bloß kein Zucker, bloß nicht noch zusätzlich Kalorien zu mir nehmen, weil ich wollte ja abnehmen und habe halt nicht an meine Hormone gedacht und habe dadurch einfach durch den Kaffee mir mehr Schaden zugefügt, als dass es mir genützt hat. Und ja, jetzt wo es mir wieder besser geht, wo ich meine Schilddrüse geheilt habe, spüre ich einfach auch diesen Unterschied von dieser äußeren Energie, die ich von außen zuführe und diese innere Energie, wenn ich wirklich merke, okay, mir geht es von innen heraus gut. Ich habe diese Energie morgens einfach so, wenn ich aufstehe. Ich brauche nichts von außen. Genau. Und das ist einfach so das Tolle für mich zu spüren, wenn diese innere Energie da ist, dann bin ich nicht angewiesen. Ich brauche das nicht. Ob ich irgendwann nochmal Kaffee trinken werde, vielleicht. Ja, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich schließe es auf gar keinen Fall aus. Wenn, aber nur mithilfe dieser drei Tipps auf jeden Fall. Und wenn es dir jetzt auch so geht, dass du sagst, ich fühle mich so müde und schlapp und ich möchte nicht mehr dieses Gefühl haben, auf was angewiesen zu sein, um diese Energie zu spüren, sondern ich will diese Energie von innen heraus spüren. Ich will, dass meine Schilddrüse wieder aktiver wird, dass meine Hormone ins Gleichgewicht kommen, dass ich wieder voller Tatenprang bin. Dann kann ich dir auf jeden Fall mein kostenloses Seminar empfehlen. Den Link dazu findest du unten in der Infobox, da musst du einmal auf die Infobox klicken. Da findest du einen Link zum kostenlosen Schilddrüsen-Seminar und da erfährst du, was du denn konkret tun kannst, um deine Schilddrüsenhormone wieder auf natürliche Weise in Balance zu bringen. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen, energievollen Tag und vergiss nie, du hast es verdient, gesund zu sein. Danke.